Hallo, wie fühlst du dich? Bist du überfordert, frustriert oder angstlich? Hier findest du eine kürze Aktivität, die dir in einer stressigen Situation helfen kann. Beginn damit zu erkennen, was in diesem Moment geschieht. Was denkst du gerade? Sind deine Gedanken positiv oder negativ? Wie fühlst du dich in deinem Körper an? Ist er angespannt oder entspannt? Setz dich einfach bequem hin und schließ deine Augen. Vielleicht möchtest du eine Hand auf deine Brust legen oder auf deinen Bauch. Du könntest diese folgenden Wörter leise sagen. Ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir Sicherheit. Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir viel Glück. Ich wünsche mir Liebe in meiner Familie. Ich wünsche geliebt zu werden. Bevor du deine Augen wieder öffnest, einen Moment Zeit, um über deine Erfahrung nachzudenken. Fühlst du dich anders? Hoffentlich fühlst du dich entspannter. Und bist du in der Lage, eine schwierige Situation in ruhigen Zeiten zu kontrollieren.